Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es zwei Special-DVD-Folgen, die ich so am 8. Mai in meinem Stream gespielt habe. Da ist es ja so, dass sich meine Zuschauer Challenges wünschen können und ich habe hier zwei Challenges umgesetzt. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video geschnitten habe, aber diese Challenges bekommt ihr jetzt zu sehen. Einmal habe ich eine Runde auf dem Kopf gespielt und einmal eine Runde, wo das Bild gespiegelt war. Also links, rechts, vertauscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen zwei Runden Dead by Daylight. Vielleicht tut euch im Nachhinein der Kopf genauso wie mir. Wir sehen uns dann gerne im nächsten Video wieder und danke fürs dranbleiben. Bis dahin, macht's gut. Ich möchte ungern meine Maus bewegen, weil dann habe ich immer das Hoch- und Runter-Problem. Oh, Pyramiden-Kopf und wir haben hier übrigens ein leuchtendes Tod. Wusstest du das? Der will mich? Nicht. Okay, dort hinten ist ein leuchtendes Tod, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. So. Was ist das eigentlich für eine Maus? Ist das hier zweigeteilte? Er ist lautlos. Wenn er jetzt kommt, ich habe keine Ahnung. Ich muss hier irgendwie wegrennen. Ein Flink ist wieder da, was ich gerade gewastet habe, weil ich durchs Fenster der Rand schnell gesprungen habe. Hey, ich klicke den Generator vielleicht an. Wenn er jetzt nicht hierher kommt. Dwight ist verletzt. So, wegen meiner Kamera sehe ich jetzt gar nicht so richtig, wie viele Gems noch zu machen sind. Also noch sind es vier. Ich glaube. Einer ist ja erst an, jetzt geht der zweite bei mir an. Ich wollte es perfekt machen, aber ich habe halt so richtig reingehauen. Äh, nee. Oh, jetzt geht das los mit der Kamera. Höhe. So, oder? Los, am besten. Äh, ich habe Herzschlag. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich höre ihn nur. Ich kann nicht nach hinten gucken. Äh, ich bin so ein Noob. Äh, Kamera. So? Oh Gott. Hier ist nichts. Ich glaube, eine will tanken für mich, oder? Nee, will sie mich heilen. Nee, will sie nicht. Ich dachte, hier will jemand heilen. Cool, ich habe den Killer abgehangen. Guck ich denn ein normalerweise so, oder? Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja voll freie Fläche. Wirklich immer so? Ich kann den Kamerawinkel nicht einschätzen. Hi. Ich bin eine supergroße Hilfe. Ich bin eine以上. Okay. Ja, ja, ich mach ja... Was auch immer du mir zeigen wolltest... Wo ist der Käfig? Da. Äh, Kamerawinkel... Okay. Die Verwirrung ist groß. Kamerawinkel... Ist hier ein Totem irgendwo? Wollt ihr die Folge dann wieder richtig rum bei YouTube sehen? Oder so im Wechsel geschnitten? Handelt ihr das gut? Chat? Ich glaub, mein ganzer Kopf geht immer so mit... Der Jen war voll weit! Müssen den fertig machen! Waren wir hier noch einen? Und Chat ist euch schon schlecht? So ist der Kamerawinkel richtig! Ich hab die ganze Zeit in die Bäume hochgetrunken! Unter mir der Abgrund! Da hinten rechts unten ist der Killer! So weit ist ihm hinterher gerannt, so wie es aussah! Wow, Kamerawinkel! Oh, wir kommen raus, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind rausgekommen! Ja... Oh mein Gott... Oh meine Augen! Jetzt komm ich nicht... Ah warte, ich komme jetzt hier... Die Runde ist ja vorbei... So ein Rang10, Killer! Ich habe die wenigsten Punkte, aber ich bin stolz. Ich bin rausgekommen. TG Well Played, schreiben die. Gut. Ich drehe dann jetzt mal wieder das Bild. Normalerweise lädt es auch schnell. Och Gott, auch noch die Map. Okay, es ist nur meine Vorschau, die ruckelt. Äh, Shittenkram. Was habe ich mir jetzt eingebrockt? Oh Gott, das stimmt ja jetzt auch mit dem Sound nicht. Das ist ja jetzt quasi auch zu dem Bild, was ich sehe, falsch rum. Oh oh, das wird richtig schlimm. Und das wollt ihr sehen? Ihr seht schon schlecht. So rum. Ah! Dein Kopf kriegt das nicht verarbeitet gerade mit dem links und rechts und dass der Sound von der falschen Seite kommt. 5.52 Uhr, eh null. Wo ist denn die vierte? Ich muss mal irgendwas nützliches machen jetzt die Runde. Jetzt sollte ich mich erst mal heilen, oder? Wer ist damit? Ich schiele gleich, weil es so verwirrend ist. Ist gut. Ah, Kopf! Warte. Der Kopf kommt gerade nicht klar. So. Ich mache jetzt einen Generator, ist mir egal. Ich muss hier mal irgendwas tun, wo ich das Gefühl habe, ich mache mich irgendwie nützlich. So. 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 Ah, kopf. Ich höre ihn links von mir, aber dann ist er ja in meinem Bild eigentlich rechts von mir. So. Ich brauche Urlaub nach dieser Runde. Doch, es ist der Generator, den ich höre. Oh, kopf. Oh. 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 Voll verwirrend, dass es hier nach links in den Keller geht. Also, bei mir. Bei den anderen nicht. Ich hab's zu. Aber da ist ein Jen. Die Tür ist zu. Bäh, ist rum. Da freut man sich doch direkt wieder auf nächste Runde. Wie ein normales Spiel. Es sei denn, ich weiß nicht, was der Chat gerade tut. Da lag ein Kopf. Das kann man sich nicht mit angucken. Na, ist euch schon schlecht. Ich dachte, der ist links hinter mir. Ich glaube, ich muss meinen Mitspielern erstmal kurz erklären, dass ich nicht getrunken bin. Ah! 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 Oh, ich will euch direkt Kopfschmerzen. So. Ich kann wieder richtig gucken. 10.000 Punkte.